Ja, unerlaubte Hilfsmittel, es geht nicht. Unerlaubte Hilfsmittel. Jetzt aber, jetzt aber, oh wow. Nein, nicht so nett. Du bist ein wenig verrückt, Alter. Die blauen Eier dauern nichts. So weit nach außen. Schau her, die Linie hat viel gepasst, ne? Aber die blauen Eier sind irgendwie nicht so toll, ne? Kann ich auch noch. Ich weiß es nicht mehr, glaube ich nicht. Warum darf es das nicht gehen? Durch das, dass das Eier und Blauen sind nicht besser drin. Ja, ich darf mir doch mal sagen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Herr Karo. Kassi, die hat sogar was. Mein letzter Sekt. Da haben wir früher so einen Einfluss gehabt drauf, weil wir selber noch hin und gehackt haben. Aber heute, wenn die Kassel und Gaggele, dann ist das. Doch, ist es ein. Nein. Hängen wir es ein? Hinten ein. Hinten ein. Hinten ein. Hinten ein. Das ist ein. Hinten ein. Hinten ein. Hinten ein. Einen hab ich noch. Eine hab ich noch. Da krieg noch fünf. Ja, da muss ich ja das hintere. Jetzt hab ich da noch einen Treffer. Einen. Hopp, hopp, hopp. Ja, hopp, hopp, hopp. Caro, wo sind sie denn? Ich hab kein Geld mehr. Brauchst du noch einen? Hast du noch einen? Ja, ich hab einen. Ich hab auch noch zwei gefunden. Kriegst du einen Kredit?